Seid ihr herzlich willkommen. Channeling aus der Bibel. Ich öffne sofort das Buch. Ich bin auch gespannt, was die heutige Botschaft ist. Sei noch geduldig, warte noch. Etwas oder jemand kehrt nämlich zurück, verändert sie die Lage. Im Arbeit geht etwas zu Ende. Du wirst etwas Neues suchen. Es ist nicht schlimm. Das ist gut für dich. Und das hilft dir auch. Eine neue Richtung oder Neuanfang. Aber momentan bleibt noch alles stehen. Sei geduldig. Das ist gut so, wie es ist. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Ich wünsche euch alles Gute. 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 Ich wünsche euch alles Gute.